SCOF ist internationaler Marktführer bei Lüftungs- und Farmmanagementsystemen in der Tierproduktion. Tagtäglich wird die weltweite Produktion von Millionen von Schweinen mit unseren Lösungen optimiert. SCOF trägt damit zu einer effizienten und nachhaltigen globalen Nahrungsmittelproduktion bei. Das Niedrigenergie-Lüftungssystem mit Wand- oder Deckenventilen ist ein klassisches Unterdrucksystem, das in den gemäßigten Regionen der Erde zum Einsatz kommt. Das sogenannte LPV-System ist ein zu 100% flexibles System, das auf den gesamten Produktionszyklus und alle Produktionstypen abgestimmt werden kann. Die Luft wird durch Wand- oder Deckenventile zugeführt. Frischluft strömt in Richtung der Stalldecke, wo sie sich mit der Stallluft vermischt, bevor sie den Bereich erreicht, in dem sich die Schweine befinden. Während der kalten Jahreszeit wird der Luftstrom im Bereich der Tiere auf einem niedrigen Niveau belassen, um die Schweine vor Zugluft zu schützen. Eine differenzierte Regelung der Zuluft sorgt mittels der Lufteinlässe dafür, dass weniger, aber stärkere Luftströme erzeugt werden. Dies erleichtert die Steuerung der Luftströme bei minimaler Belüftung deutlich. Bei warmer Witterung sind hingegen alle Lufteinlässe geöffnet. Die zurückströmende Luft sorgt für Belüftung, während die höhere Luftgeschwindigkeit einen kühlenden Effekt hat. Bei höheren Temperaturen nehmen die Schweine diese Luftströmungen nicht als Zugluft, sondern als kühle Brise wahr. Trotz des geringen Energieverbrauchs werden hohe Anforderungen an die Leistung der Ablufteinheiten gestellt. Das aerodynamische Design von SCOFs Luftauslässen sorgt hier für optimale Funktionalität in Kombination mit den Ventilatoren. Die Luftauslässe werden nach dem Dynamic Multi-Step Prinzip geregelt. Dynamic Multi-Step ist insofern einzigartig, als sich die Ventilatoren schrittweise bis zum Erreichen von 50 Prozent ihrer Leistung zuschalten. Haben alle Ventilatoren im entsprechenden Bereich dieses 50-prozentige Leistungsniveau erreicht, werden sie bis zu 100 Prozent parallel geregelt, sofern weitere Belüftung erforderlich ist. Durch die Kombination von Dynamic Multi-Step mit einem Niedrigenergie-Ventilator der LPC-Reihe kann der Energiebedarf im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen um bis zu 75 Prozent verringert werden. Des Weiteren bieten wir Absauglösungen für Luftkanäle. Durch Online-Messungen der Abluft in Luftauslässen sorgt unser Dynamic Air Prinzip für die richtige Luftmenge bei Lüftungsbedarf in allen Abteilen. Ein gut funktionierendes System erfordert Komponenten, die korrekt miteinander verbunden sind. Skoffs Montagesätze umfassen alle notwendigen Teile, wie Unterlegscheiben, Kabel, Schrauben, Beschläge, Rollen und so weiter, die gewährleisten, dass die Systeme optimal funktionieren. Sprühkühlung schafft im Stall eine angenehme Arbeitsumgebung und ist gut für die Tiere. Bei sehr warmer Witterung hat ein Wasserdampfnebel eine vorteilhafte Wirkung auf das Wohlbefinden und die Produktivität der Tiere. Fein zerstäubte Wasserpartikel können die Stahltemperatur um 5 bis 6 Grad Celsius absenken, abhängig von der Außentemperatur sowie der relativen Luftfeuchte. Die Heizung ist ein wesentlicher Bestandteil einer Gesamtklimalösung, wenn diese für ein hohes Produktivitätsniveau sorgen soll. Mit den Spiraflex Rippenrohren für die Stallheizung bieten wir ein effizientes, schnell reagierendes Heizsystem, das ein perfektes Stallklima für die Tiere schafft. Farm AirClean ist ein System zur biologischen Luftreinigung oder auf der Basis von Säurereinigung bzw. einer Kombination dieser beiden Reinigungsmethoden. Diese Methoden sind wirkungsvoll, wenn es darum geht, Geruch, Ammoniak und Staub zu reduzieren. Farm AirClean versteht sich als ein modulares Konzept. Es ermöglicht den Kauf der erforderlichen Anzahl von Luftreinigungseinheiten auf der Basis von zu reinigendem Stallvolumen pro Kubikmeter. Hinter der Effizienz des Systems stehen SCOFs wegweisende Klima- und Produktionscomputer für die Schweineerzeugung. Alle Computer haben gemeinsam, dass sie das Temperatur- und Feuchtigkeitsniveau im Stall präzise regeln und neben der Regelung der Lüftung auch zur Heizung, Bodenheizung und Kühlung dienen. Basierend auf den Verlaufskurven wird das Klima fortlaufend an das Alter und die Bedürfnisse der Tiere angepasst. Um das Wohlbefinden der Tiere zu schützen, hat SCOF ein unabhängiges Notöffnungssystem berücksichtigt, das die Lüftungsanlage im Falle einer Störung öffnet. ProGrow ist ein integrales System für Management und Überwachung der Mastschweinproduktion von dem Absetzen bis zur Schlachtung. Bestandteile des Systems sind ein Managementprogramm mit Produktionscomputer, Futterwaage, Wasseruhr sowie Kameras zur Überwachung des Wachstums der Schweine. Der Produktionscomputer überwacht und steuert den Verbrauch von Futter und Wasser und zeichnet kontinuierlich das Wachstum der Schweine auf Abteilebene auf. Die kontinuierliche Überwachung des Futterverbrauchs und des Gewichts der Schweine ermöglicht eine optimale Steuerung der Produktionsausgaben. Zur gleichen Zeit werden Unregelmäßigkeiten schnell entdeckt. Auf diese Weise können umgehend Maßnahmen ergriffen werden, um Produktionsverluste zu verringern. Farm Management. Aus einer globalen Sichtweise ist Schweinefleisch eine der wichtigsten Quellen für Protein, was zunehmend den Fokus auf eine Optimierung der Produktivität und das Wohlbefinden der Schweine richtet. Skovs Management System Farm Online bietet dem Schweineerzeuger folgende Vorteile. Komplette Übersicht über die Produktion im Stall auf Betriebs- und Geschäftsebene. Schnelle Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten. Verbesserte Produktions- und Geschäftsentwicklung basierend auf Verlaufsdaten und Verweisen. Effiziente Umsetzung von Produktionsstrategien pro Stall. Schweineproduzenten, die mehrere Betriebe führen, können auf die Farm Online-Daten dieser Betriebe zugreifen und erhalten somit eine vollständige Übersicht über ihre Standorte mit der Möglichkeit einer weiteren Geschäftsentwicklung. Der Eigentümer kann wesentliche Produktionsdaten der einzelnen Stelle und Betriebe vergleichen und seine Aktivitäten auf diejenigen konzentrieren, in denen die Produktivität verbessert werden soll. Vorgesetzte und Berater können darüber hinaus Daten erhalten, die zur Produktionsanalyse und Beratung des Unternehmens erforderlich sind. Gemeinsam können wir Ihr Unternehmen entwickeln. SCOF verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in puncto Lüftung und Farmmanagement im Bereich der Schweineproduktion und entwickelt seine Systeme in enger Zusammenarbeit mit weltweit führenden Herstellern. Die Fortentwicklung unserer Systeme bietet dem Erzeuger eine Lösung, die die Voraussetzungen für eine weitere Geschäftsentwicklung schafft, aber auch das Wohlbefinden der Tiere berücksichtigt, um für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt zu sein.